Wir fangen auch in diesem Video mit dieser Abbildung an, haben hier die Stadien 1 bis 3, dann eine rote Linie und darunter Stadium 4 und Stadium 1 bis 3. Das sind die Stadien, die wir uns jetzt für dieses und für das letzte Video ein bisschen genauer angucken müssen. Im anderen Video haben wir ja schon gesagt, die Domäne von Stadium 1 bis 3 ist die Operation. Und heute geht es um die adjuvante systemische Krebstherapie und dazu habe ich es ein bisschen abgeändert im Verhältnis zum letzten Video. Wir haben jetzt hier mal zwei Tumoren, zweimal Lungenkrebs und in beiden Fällen wird primär operiert. Das heißt, der Tumor ist nach der Operation im Optimalfall draußen. Und im oberen Fall fangen wir jetzt an, eine Chemotherapie zu verabreichen, beziehungsweise auch das ist relativ neu, zielgerichtete Therapie und Immuntherapie. Den unteren Fall dagegen, den beobachten wir nur ein bisschen nach. Und diese Form der Therapie, also eine Therapie, die man nach einer Operation gibt, wo womöglich gar nichts mehr da ist oder im Optimalfall gar nichts mehr da ist an Tumor, das nennen wir eine adjuvante Therapie. Und stellen Sie sich jetzt bitte mal von links nach rechts das Ganze als zeitlichen Verlauf dar. Im unteren Fall haben wir jetzt nur in Anführungszeichen operiert und warten einige Zeit, bis es schließlich zum Rezidiv kommt, also bis der Tumor schließlich wieder da ist. Das kann an gleicher Stelle sein als sogenanntes Lokalrezidiv, das kann aber auch eine Manifestation einer Metastase sein an anderer Stelle im Körper. Im oberen Beispiel dagegen setzen wir voraus, dass die Therapie eigentlich bis zum Wiederkehren des Tumors, bis zum Rezidiv, durch die adjuvante Therapie wahrscheinlich ein bisschen länger ist und wir das Rezidiv später erwarten können. Allerdings muss man jetzt sagen, wenn man oben und unten vergleicht, unten hat noch keine systemische Therapie bekommen, hätte also auch jetzt die Möglichkeit, diese systemische Therapie zu bekommen. Das wird als Stadium 4 gewertet, während man oben schon ein bisschen gucken muss, wie man da jetzt genau weitermacht. Und bei diesem Video würde ich mal mit den Vorteilen anfangen, die wir durch die adjuvante Therapie haben. Wir behandeln damit Mikrometastasen. Stellen Sie sich vor, eine Operation und ist sie auch noch so gut durchgeführt und mit Sicherheitsabstand wird höchstwahrscheinlich noch vitale Tumorzellen im Körper belassen. Die sehen wir nicht in der Bildgebung, die haben wir auch vor der Operation nicht in der Bildgebung gesehen und die würden jetzt, wenn man keine adjuvante Therapie gäbe, halt aktiv werden und gucken, sich irgendwo zu vermehren. Und die Idee der Adjuvantentherapie ist es jetzt genau diese, diese Mikrometastasen, diese für uns erstmal unsichtbaren Metastasen, unmittelbar nach der Operation zu therapieren. Wir haben im Gegensatz zur Neoadjuvantentherapie jetzt keine Verzögerung der Operation. Da wird der früheste Zeitpunkt gewählt und da wir noch keine Nebenwirkungen haben vor Operation, muss man auch sagen, es kann nicht zu einer Verschlechterung des Allgemeinzustandes beispielsweise vor der OP sein, sodass die OP womöglich schwieriger oder umfangreicher oder risikoreicher durchgeführt werden muss. Kommen wir zu den Nachteilen der Adjuvantentherapie. Und was ich gerade so schön erzählte von wegen Mikrometastasen, die wir nicht sehen können, muss man hier auch als Nachteil sehen. Die Therapie ist ein kompletter Blindflug. Wir therapieren hier etwas, was wir nicht sehen, dessen Existenz wir zwar vermuten, aber nicht sagen können, wo oder an welcher Stelle das gerade stattfindet. Und das ist für Patienten schon relativ unangenehm, sich vorzustellen, dass man da eine Therapie bekommt, obwohl man ja eigentlich in der Bildgebung tumorfrei ist. Ein zweiter wichtiger Punkt, vor allen Dingen, wenn man an die zielgerichtete Therapie denkt. Also ich würde operieren, ich hätte womöglich eine Mutation, die ich therapeutisch gut angehen kann und würde dann mit zielgerichteter Therapie diese Mutation im Blindflug starten. Dann ist es nämlich absolut sicher, es geht gar nicht anders, dass ein Tumor, der sich darunter entwickelt unter einer Adjuvantentherapie, resistent ist gegen das, was man gibt. Das heißt, in diesem Fall wäre es ja vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man erstmal warten würde und der Tumor kommt zurück und guckt dann nochmal nach der Mutation oder nach den genetischen Auffälligkeiten und fängt dann an, zielgerichtet zu therapieren. Das ist so ein bisschen die Gretchenfrage mehr oder weniger, die es aktuell zu klären gibt, ob das eine besser als das andere ist, aber da haben wir gleich noch ein Slide zu. Anderer wichtiger Nachteil ist es natürlich eine lange Therapie. Klar, die Chemotherapie, die ist begrenzt auf vier Zyklen meistens, aber die zielgerichtete Therapie setzt meistens drei Jahre der Therapie voraus, ehe man aufhört und die Immuntherapie ebenfalls im Jahresbereich angesiedelt. Dazu nochmal der Vergleich zur Neoadjuvantentherapie. Bei der Neoadjuvantentherapie verzögern wir zwar bewusst die Operation, geben aber vorab die Medikamente und nach der Operation ist die Therapie formal abgeschlossen. Ich sagte ja gerade, wir gucken uns das mit den genauen Zeiten und zur Wertigkeit der Adjuvantentherapie, was da gerade diskutiert wird, hier auch nochmal genau an. Also wir haben einen operierten, wegoperierten Tumor und der kommt nach einer gewissen Zeit wieder. Und diese Zeit, die von der Operation bis zum Wiederkommen des Tumors steht, die nennen wir DFS. Das ist wieder ein bisschen neudeutsch, das heißt Disease-Free Survival oder krankheitsfreies Überleben. Das heißt, das ist ein Zeitraum, der Patient ist operiert, hat Adjuvantentherapie bekommen und jetzt schaut man sich an, wie lange es dauert oder ob es überhaupt so ist, dass sich ein Rezidiv bildet, beziehungsweise, dass eine neue Manifestation auffällig wird. In diesem Fall geht aber die Therapie natürlich weiter, wobei man sich die Option der vorhergegebenen Therapie natürlich ein bisschen kaputt gemacht hat und es gibt weitere Therapie. Und in diesem Fall, bis zum Tod gemessen, nennt man dieses Überleben das Gesamtüberleben oder Overall Survival. Und hier wäre jetzt die Frage, nehmen wir mal an, wir haben die Operation, Tumor ist draußen und die Adjuvantentherapie bietet einen massiven Vorsprung gegenüber der Nicht-Therapie bezüglich des krankheitsfreien Überlebens. Das ist schon ein zulassungsrelevanter Punkt, Endpunkt, denn das hat natürlich auch mit Lebensqualität für den Patienten zu tun, wenn die Adjuvantentherapie gut verträglich ist. Dennoch herrscht hier rege Debatte darüber, inwiefern es gerechtfertigt ist, das DFS als Endpunkt zu nehmen, das DFS zu formulieren als Kriterium, ab wann ein Mittel oder eine Substanz oder eine Kombination eingesetzt werden kann und nicht das OS, das Overall Survival. Hierzu muss man aber natürlich auch sagen, das Overall Survival im Optimalfall lässt natürlich noch einige Jahre auf sich warten. Bis zum nächsten Mal.